hallo meine lieben hier bin ich schon wieder ja für euch sind jetzt wahrscheinlich ein zwei tage vergangen für mich zehn minuten ich habe mich umgezogen ja weil ich finde das immer so blöd wenn ich mehrere videos an einem tag drehe und dann immer das gleiche anhabe ich weiß nicht irgendwie finde ich das ein bisschen so doof und deswegen habe ich mich mal eben flugs umgezogen und ja der riecht noch so ein bisschen neu der ist nämlich noch neu und ich habe den nicht gewaschen weil ich traue mich immer nicht bei striktpolis so die zu waschen ich habe immer angst dass die so einlaufen und ja aber ich fand den so schön so schön den musste ich haben weil er so schön kuschelig ist ja so jetzt ein neuer blubber blubber vlog heute zum thema ja was schreibe ich denn da drüber eigentlich new series arrived das letzte habe ich ja new books arrived dann genannt und new series new tv series arrived irgendwie sowas keine ahnung also es geht heute um zwei neue serien die ich begonnen beziehungsweise sogar schon beendet habe aber bevor ich darauf komme weil ich habe ja gesagt es ist ja irgendwie auch ein bisschen auch blubber blubber flop wollte ich euch was zeigen das hatte ich nämlich vorhin vergessen hier hinzulegen ich hatte ja in dem letzten video das ihr gesehen hattet hatte ich ja auch so ein neues oberteil an da habe ich auch fotos gemacht bei instagram und so und dann habe ich halt geschrieben wenn ich schon keinen sport machen kann im moment da kann ich mir wenigstens sport klamotten verkaufen bei adidas hatten die halt zählen wenn das schluss verkaufen da habe ich echt zugeschlagen und meine nachbarsmädels nachbarmädels die sind 15 und 18 also ganz jung und die haben sich beide neue schuhe gekauft und ich habe die gesehen und habe gesagt leute ich muss die haben ich bin zwar ein bisschen älter schon und ich habe auch gehört dass diese adidas neo schiene wohl für 15 bis 18 jährige sein sollte was ich jetzt komisch finde weil meist gibt auch jugendliche alte menschen ältere menschen und ich habe auf jeden fall die schuhe gesehen habe gesagt ich muss die unbedingt haben und dann habe ich mir die gekauft also meine nachbarmädels haben die einmal in pink und einmal in orange und ich stehe ja voll auf pink wisst ihr ja und dann habe ich mir die gekauft und die sind so schön die sind so geil aus aber ich habe die noch nicht angehabt natürlich weil wetter spielt ja jetzt noch nicht mit also ich habe sie nur hier zuhause angehabt und zwar sind das neue tonschuhe die ich aber auch nicht zum sport machen anziehe also ich ziehe tonschuhe und so an ich ziehe eh meistens schacks an aber natürlich auch nicht bei diesem wetter und ja bämm sind die oder richtig neon ich fand die eigentlich in orange sogar noch schöner weil die ein bisschen anders waren also hier ist über den streifen nochmal so ein stoff drüber und bei den orangenen ist es nicht und da sind die streifen weiß und das fand ich eigentlich schöner aber die also die orangenen gab es nicht in pink und deswegen sind die jetzt ein bisschen anders aber ich finde die trotzdem richtig geil da sind auch noch schwarze schnösenkel bei gewesen aber hallo hallo schwarze schnösenkel kann doch jeder ne also für mich muss es dann schon richtig so auffallen und das sieht richtig geil aus vor allem so mit meinen neuen sportklamotten habe ich mir auch so eine jazzpants gekauft dazu und dann ja eben diese schwarze Jacke die ich letztes Mal anhatte und dann habe ich noch so eine Jacke in pink die muss ich allerdings noch mal umtauschen weil die ein bisschen zu groß ist sportlich ne genau obwohl ich ja jetzt im moment eben ne habe ich ja gesagt wegen Erkenntung und so darf ich jetzt noch keinen sport machen aber es geht auf jeden Fall bald weiter ich denke mal aller 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 spätestens aller 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 so in zwei Wochen oder so ne dann lege ich wieder richtig los so ein bisschen was ich gestern gemacht habe war Bellycon also wenn man da kein richtiges Workout macht sondern wirklich nur so wippt damit der Stoffwechsel angekurbelt wird das reicht ja schon und das habe ich gestern eine Viertelstunde gemacht so und tat mir auch richtig gut muss ich sagen so jetzt habe ich gerade was gehört aber naja gut okay so und jetzt möchte ich gerne heute nämlich über zwei Serien sprechen ich bin ja eigentlich nicht so der ich gucke jetzt den ganzen Tag hier irgendwie Fernsehtyp ne und ich hatte euch ja schon mal erzählt dass ich mir ja Sherlock gekauft habe diese drei DVDs die ich euch jetzt nicht zeigen kann weil ich die jetzt einer Freundin geliehen habe die die gerne gucken möchte und die habe ich euch aber in irgendeinem anderen Video schon mal gezeigt und die hatte ich mir ja schon im Sommer oder so irgendwann gekauft und habe die dann aber nie gesehen und habe mir dann so zwischen den Feiertagen war das ne zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich so gedacht jetzt will ich die endlich mal gucken und habe die auch wirklich innerhalb von ein paar Tagen komplett durch gehabt ne und fand die richtig richtig geil also die Machart ne ich hatte noch mit einem Freund gesprochen vorgestern und der sagte dann so ja aber so ne wie ist denn das dann so und da sag ich ey das ist schon alleine weil die die Art wie es so gedreht ist das ist so geil also wenn der so kombiniert und macht und tut und so und dann blinken hier immer so Begriffe auf und so also das ist einfach so cool gemacht und das war ja das was mich so gefangen hat bevor ich dann mit jetzt gleich weiterrede ähm die äh wie heißt die jetzt noch mal Julia eine Julia wie heißt die noch mal äh White Kisses 89 nee oder nur White Kisses ich habe sie schon mal in einem Blubber Blubber Vlog erwähnt die hat auch einen Buchkanal da fällt mir jetzt nicht der oh fällt mir jetzt nicht ein die hat mich auf jeden Fall gefragt ob ich bei dem Sherlock Tag mitmachen möchte und dann hat sie mir einen Link geschickt zu ihrem Video das werde ich dann auch mal hier unten runter verlinken und da ähm sind die Fragen und ich habe mir die Frage jetzt nicht durchgelesen nur die allererste die habe ich durchzufall gesehen das war nämlich dann wer hat dich auf die Serie gebracht ist und dann habe ich mir jetzt gedacht ich glaube ich mache erstmal den ähm Text jetzt also dass ich das so äh den Text den Tag ne dass ich die Fragen beantworte und dann kann ich noch ein bisschen zu meinem persönlichen Eindruck dann erzählen ähm weil sonst überschneidet sich das vielleicht weil ich wie gesagt die Fragen jetzt nicht kenne und jetzt bin ich jetzt mal schönes Stativ bekommen weil nämlich die erste Frage wer hat dich auf die Serie gebracht moah das war ich selber ähm nein es war so ich habe bei Instagram schon ein paar Mal bin ich immer wieder über Sherlock so gedingstet und ich habe dann öfter mal Fotos gesehen von Handyhüllen mit so einer komischen Telefonzelle was ich natürlich da zu dem Zeitpunkt ah ne 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 siehste siehste jetzt vertue ich mich schon weil ich habe ja noch eine andere Serie oh nein ich habe ja noch eine andere Serie geguckt und ich habe noch vorhin so gedacht es ist schwierig weil ich so ein bisschen diese beiden Serien jetzt da ich die nämlich ziemlich nah hintereinander geguckt habe es ist sehr schwierig weil ich die weil ich angefangen habe die beiden zu vermischen ich muss jetzt mal eben das andere wegschieben aus meinem Kopf das ist nämlich Doctor Who das muss ich jetzt geh weg geh in die Tardis und reise ins 12. Jahrhundert oder so so und jetzt bin ich ganz bei Sherlock Sherlock so da bin ich drauf gekommen weil klar Sherlock Holmes natürlich kennt man Sherlock Holmes ich glaube ich habe nie Sherlock Holmes Bücher gelesen aber die haben mich irgendwie mein ganzes Leben begleitet so dass also man hat halt immer gewusst wer Sherlock Holmes ist dass der so ein Detektiv ist und so und das witzige ist ja in meinem Freundeskreis bin ich ja Sherlock Kossi weil ich also es hört sich jetzt immer so nee es hört sich so angeberisch an wenn ich jetzt sage ich kann gut kombinieren und ich kann gut Dinge rauskriegen die ich rauskriegen möchte das war auch immer schon so immer schon als Jugendliche schon wenn ich irgendwas rauskriegen wollte habe ich es immer rausgekriegt weil ich ich habe eine ziemliche Beobachtungsgabe ich beobachte unheimlich gern Menschen und ich habe es sogar teilweise auch schon geschafft dass ich Leute analysiert habe ich konnte sagen pass mal auf du bist ein Typ der hat zu Hause eine schwarze Lederkarte stehen und das war so hört sich jetzt oberflächlich an und klischeehaft und so das war jetzt auch nur so ein Beispiel aber so wenn ich Menschen kennenlerne ich natürlich ist es nicht immer richtig dass man dann die in so eine Schublade irgendwie steckt natürlich nicht klar aber man kann Menschen dann schon ganz gut so einschätzen könnte jetzt man könnte sagen man hat eine gute Menschenkenntnis und so die hat mich natürlich auch schon mal getäuscht diese Menschenkenntnis dass ich dachte der Mensch ist okay und der war es dann irgendwie doch nicht aber also ich bin schon so durch diese Beobachtungsgabe und Auffassungsgabe und so die bei mir schon sehr ausgeprägt sind beide so sind viele Dinge in meinem Leben schon passiert bei denen meine Freundinnen sagen Sherlock Kossi war wieder unterwegs und deswegen hat mich das natürlich auch irgendwie so interessiert dieses detektivische Denken von dem und so und darauf gekommen bin ich dann ich wusste es gibt diese Serie aber es hat mich halt nie interessiert weil wie gesagt aus den Gründen also ich gucke eigentlich nicht so gerne Fernsehen und schon gar nicht Serien und habe ja mal mit Grace Anatomy angefangen irgendwie fünf Staffeln geguckt dann und so habe ich mir immer geliehen von einer Freundin irgendwann hatte ich ja keinen Bock mehr drauf dann Niptack habe ich ja die habe ich ja alle gekauft auch und alle gesehen die fand ich auch richtig klasse bis auf das Ende das fand ich ein bisschen unspektakulär aber das war es eigentlich ansonsten habe ich so Serien halt nie so geguckt ich gucke auch nicht jetzt hier gute Zahlen, schlechte Zeiten das habe ich alles schon vor 25 Jahren hinter mich gebracht so Marienhof habe ich früher auch mal geguckt in Verbotene Liebe und sowas das gucke ich alles dann gar nicht mehr solche Daily Soaps oder sowas ja und dann habe ich irgendwann mal Fernsehen geguckt und bin halt irgendwo hängen geblieben und habe gedacht hallo was ist das denn, was ist denn hier ach das ist Sherlock und dann war wirklich nur so eine ganz kurze Sequenz das war dann auch, habe ich jetzt festgestellt sogar die letzte Folge war das also die ich dann im Fernsehen gesehen habe war in den Staffeln jetzt die letzte Folge es war irgendwie so, da ist er in so ein Büro gegangen und er hatte vorher so getan als wenn er einer Frau einen Heiratsantrag macht und so und dann ist er da ins Büro halt rein und hat dann so gerochen, Parfüm so und dann stand hier auf einmal so Dior, Chanel und so und dann habe ich ja gedacht wie geil ist das denn irgendwie so also ich will jetzt nicht spoilern was da noch so passiert ist aber das war dann so das hat mich so geflasht und das waren vielleicht 10 Minuten die ich gesehen habe mehr nicht und danach habe ich mir sofort alle 3 Staffeln gekauft ja das war im Sommer und dann lagen die da und dann habe ich die halt nie geguckt ja und zwischen den Feiertagen habe ich gedacht komm jetzt hängst du mal an und dann habe ich teilweise wirklich angefangen morgens schon zu gucken und habe dann innerhalb echt kürzester Zeit also lass mich nicht lügen anderthalb Wochen oder so habe ich dann die kompletten 3 Staffeln geguckt und am Anfang war es so dass der Darsteller von Sherlock jetzt weiß ich nicht ob ich mich vertue mit Dr. Wu Benedikt Camberland oder wie heißt der warte ich habe mein iPad hier liegen ich kann mal eben gucken übrigens habe ich gestern durch Zufall festgestellt dass ich auch filmen könnte wenn mein Abo ach mein Abo ich könnte hier auch filmen mit der Kamera wenn mein Akku leer ist und am Strom angeschlossen ist was ich ja neulich mal versucht hatte da ging das nicht aber ich brauche einfach nur den Akku komplett rausnehmen und dann an den Strom anschließen und dann kann ich auch filmen interessiert euch jetzt gar nicht ist egal Entschuldigung ich bin jetzt auch schon wieder abgelenkt weil ich bei Instagram nämlich gerade was geguckt habe ich bin so wie nennt man das ablenkbar so wie wonach suche ich jetzt Sherlock Darsteller Sherlock Fernsehserie ihr jetzt alle Oh Kossi der heißt doch Hey so und so ja aber ihr wisst es ja mit Namen und so habe ich es nicht so da Benedikt Cumberbatch was habe ich gesagt Cumberland oder so okay ich war nah dran seid ehrlich so am Anfang habe ich gedacht naja so männlich oder halt vom Manntyp her war er jetzt nicht so mein Typ je mehr Erfolg ich aber gesehen habe ja gibt es ja nicht auch diesen Spruch Mist wie geht der denn nochmal brain is the new sexy ach warte mal das habe ich nicht auch gelesen naja Lieblingszitat gut kann man den schon brain is the new sexy habe ich dann also je mehr diese Staffel so weiter fortschritt und so desto mehr habe ich gedacht der hat was der hat was obwohl er ja so ein bisschen ne er sagt ja immer er ist nicht Psychopath so pass auf ich wollte ja erstmal die Fragen noch weiter so wie fandest du die allererste Folge kann ich mich nie mehr dran erinnern boah guck mal siehste ey was war das das ist vier Wochen her hallo das ist vier Wochen her dazwischen habe ich schon drei Staffeln Dr. Who wieder geguckt siehste boah das ist so schwierig für mich das jetzt so auseinander zu halten ich kann mich jetzt an die erste Folge nicht mehr richtig erinnern ich weiß nur doch ich fand sie gut ich fand sie alle gut ich war ja total geflasht jetzt von Sherlock genau da lernt er ja Watson kennen und Watson kommt da ja in dieses Institut oder was ist das und er analysiert den sofort ne und das ist so geil und woran er das dann so ausmacht und so ähm es ist einfach geil ja wie Watson und Sherlock sich dann quasi so ein bisschen so voll liebend ja also ich find's irgendwie richtig ähm ja gut so liebster männlicher Charakter Sherlock schon also den Watson so ähm der ist halt so ein bisschen menschlicher ein bisschen normaler ein bisschen erdiger so äh aber der gefällt mir optisch jetzt irgendwie überhaupt nicht so das wäre jetzt nicht dass ich ihn doof finde aber wäre jetzt gar nicht mein Fall aber ich mag einfach Sherlock weil er so schlau ist ey und weil er so gut kombinieren kann und boah ey der und ich zusammen Brain is a new sexy sag ich da nur äh ich ich find den einfach geil liebster männlicher Charakter die hier boah wie heißt denn die nochmal die ähm Haushälterin von denen die Witwe komm jetzt nicht auf den Namen die find ich gut der größte Badass ja Badass ist ja ähm also wenn ich doof finde ist ja dann der Bruder von Sherlock und dann gibt es ja immer den ich muss jetzt wieder echt überlegen ob ich mich da nicht vertue Jerry Jerry sag du mir doch mal bitte schaltest du mich ab der es gehört da bist du hier vorbei äh Badass ah jetzt komm ich auch nicht auf diesen Namen der den immer so der immer so im Hintergrund die finden ach diese eine da der war mal so eine Szene im Schwimmbad auch und so ihr wisst schon ne dieser Typ da mit M nicht Maverick aber ich komm nicht auf den Namen ihr wisst schon Lieblingsfolge Lieblingsfolge ist glaube ich für mich die letzte Folge der zweiten Staffel die dann in der dritten Staffel ja nochmal 28.000 Mal umanalysiert wird und ich bin froh dass ich ja die dritte Staffel dann direkt im Anschluss gucken konnte ich hab nämlich im Internet irgendwo gesehen dass da Leute ja richtig ausgerastet sind so in Amerika oder so oder in England als die zweite Staffel dann zu Ende war was die dann so für Mutmaßungen da gemacht haben über diese letzte Folge von der ich natürlich jetzt nichts verraten werde und da sind die richtig durchgedreht ne weil die mussten dann ja warten bis die dritte Staffel dann anfing ich konnte es ja alles so sehen ich glaube das ist so ziemlich meine Lieblingsfolge gewesen Lieblingsstaffel würde ich auch sagen die zweite soweit ich mich jetzt noch erinnern kann ja Lieblingszitat wobei das ja jetzt kein Zitat richtig ne das brain is the new sexy ich weiß gar nicht ob die das da auch sagen ähm I am Sherlocked spielt ja auch da eine Rolle also man sagt jetzt nicht nur I am Sherlocked jetzt weil ich Sherlock-Fan bin sondern es spielt ja auch eine Rolle in der Serie welchem Charakter ähnelst du am meisten muss ich noch mehr sagen eigentlich nicht und bei welchem Fall wärst du am liebsten dabei gewesen ich kann mich da gar nicht mehr an die einzelnen Fälle erinnern ich glaube ich muss die auch noch mal gucken kann ich ja jetzt ich hab nämlich Netflix also ich meine ich könnte es ja eh aber meine Freundin hat ja wie gesagt die DVDs aber ich könnte trotzdem jetzt heute schon direkt wieder anfangen Lieblingsz was war das noch welchen Fall warte mal ich hatte mir doch ein paar Stichpunkte gemacht beim Gucken ha fällt mir jetzt keine eine das ist echt das ist schwierig bei mir ey was schon vier Wochen her ist das ist in meinem Kopf echt schon so boah Schellung ach genau er sagt nämlich immer ich bin kein Psychopath sondern ein hochfunktionaler Soziopath und dann hatte ich mir noch genau das fand ich auch dann haben die einmal da so einen Mann verprügelt und aus dem Fenster geworfen das hab ich mir nämlich ja auch aufgeschrieben und dann sagt der Polizist ich fand den Humor nämlich auch so geil so richtig britischer ähm britischer britischer schwarzer Humor teilweise sagt der Polizist dann sagen sie wie oft genau ist er aus dem Fenster gefallen das fand ich so gut ich hab so laut gelacht also das musste ich mir nämlich auch schreien ah ja genau und dann hab ich mir nämlich aufgeschrieben und das ist voll witzig ähm dass dieses Zitat hab ich mir rausgeschrieben gut dass ich jetzt hier dran gedacht hab dass ich mir Notizen gemacht hatte ne außerdem brainy brainy is the new sexy nicht brain brainy natürlich klar ähm ein Zitat hatte ich mir nämlich also beim gucken hab ich gedacht oh geil das muss ich mir aufschreiben und habe dann hinterher gesehen dass dieses Zitat total bekannt ist und dann fand ich es wieder so geil dass ich es selber aber in der Serie entdeckt habe also ich meine die sagen da ja Milliarden Sätze in dieser Serie aber genau dieser Satz den fand ich so geil dass ich mir den eben aufgeschrieben habe und hab dann gesehen ja das ist ein typischer Sherlock Satz wusste ich nicht hatte er aber auch nur einmal gesagt und zwar sagt er dann so dann konzentriert er sich nämlich ne sagt er raus hier ich geh jetzt in meinen Gedächtnispalast da hab ich gedacht komm wie geil ne Gedächtnispalast hab ich auch hm ich brauch einen Gedächtnispalast ja und das fand ich richtig klasse das könnte mein Lieblingsentat dann ja natürlich auch sein so und dann so bekloppt wie die Corsair ist ne hab ich natürlich dann erstmal nach Merchandisingprodukten geguckt ich bin dann immer so ich finde immer so wenn ich dann Fan von irgendwas bin dann darf das ruhig auch jeder sehen ne und dann hab ich mir ein T-Shirt gekauft das ist aber leider noch ein bisschen zu eng ich hab da bei Instagram auch ein Foto gemacht könnt ihr euch mal angucken das ist wirklich arscheng weil das sind ja diese Firmen hier die dann so drucken und die haben so komische Größen und ähm ja so sieht das aus I am shellocked so sieht das aus Reiche ja gut aber warte mal ein halbes Jahr ab und ähm dann werde ich das tragen so für zu Hause halt ne zu Hause oder wenn man eben hier zwischendurch nochmal kurz schnell einkaufen gehen muss oder so ne sieht gerne sowas an und ähm ja das hab ich mir so gekauft ne und dann wollte ich mir nämlich erst auch noch eine Handyhülle kaufen hab aber keine schöne gefunden und die meisten so bei Ebay gab es dann nur aus äh aus Amerika aus England und dann hab ich ja angefangen und jetzt kommen wir nämlich zu der zweiten Serie mit Doctor Who und dann hab ich gedacht ich glaub wenn ich mir eine neue Handyhülle kaufe kaufe ich mir lieber ne TARDIS Handyhülle hab ich dann aber irgendwie auch nicht gemacht genau und dann muss ich jetzt sagen wie ich auf Doctor Who nämlich dann kam also wie gesagt Sherlock ist voll geil ich hab jetzt gehört die vierte Staffel die wird ja erst noch gedreht und es dauert bestimmt noch sieben Jahre bis diese vierte Staffel erscheint äh ja keine Ahnung oder 2016 oder 2017 dann oder so ich werde natürlich sofort dabei sein und ähm werde die gerne dann sofort wieder kaufen ähm ja ich fand schade dass die dann halt zu Ende war und ähm ja jetzt hab ich neuerdings Netflix ich weiß nicht ob euch das jetzt was sagt war eigentlich eine Sache die mich nie interessiert hat weil ich ja eben immer so gesagt hab ich gucke ja nicht so viel im Fernsehen und so und ähm ähm äh jemand aus meiner Familie hat aber Netflix und dann können die ja so so und so viele äh Zugänge machen ist alles legal ne man kann ja glaub ich vier oder fünf ähm Zugänge machen also an vier oder fünf Geräten oder so und dann hat der mich gefragt möchtest du Netflix haben und dann hab ich doch ja ich glaub schon so ne und dann hat er mir das halt installiert und so und dann war die kurz wie voll im DVD und Serienhimmel auf einmal weil ich dann gesehen hab boah was gibt's hier alles und du kannst alles jederzeit gucken wann du möchtest ne und ähm da kam es mir natürlich dann ganz gelegen dass ich ja dann krank wurde und dann hab ich wirklich so in den ersten Tagen ey ich bin morgens aufgestanden ne weil ich konnte eh nicht schlafen wegen Wusten und so und dann bin ich ganz früh aufgestanden Fernsehen angemacht und Doctor Who angefangen hab auch mit der allerersten Staffel angeguckt ihr habt mich ja voll verwirrt bei Instagram dann finden die auf einmal äh der neunte Doktor ist viel besser und ich ja hallo ich bin beim ersten jetzt ne das ist nicht der erste das ist der zehnte äh 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 hä guck ich die Serie jetzt falsch rum und so weil es wohl vor dieser allerersten Staffel ey von keine Ahnung 1645 oder so schon so Doktor Who Serien irgendwie gab und äh egal ich hab jetzt auf jeden Fall mit der allerersten Staffel angefangen bei Netflix und da sind anscheinend auch diese Special Folgen immer dabei so Weihnachtsfolgen oder so weil da fragte man mich nämlich auch hast du denn dann den Wandel mitbekommen zwischen dem ersten und zweiten Doktor ja hab ich also ich guck dir einfach so der Reihe nach und bin jetzt bei der dritten Staffel achte Serie achte Folge oder so ich weiß es jetzt gar nicht genau weil ich hab jetzt ungefähr eine Woche nämlich nicht geguckt ähm aber ja dann hab ich halt so mit angefangen so und am Anfang hab ich dann gedacht okay hätte man mir jetzt vorher gesagt also wenn ich jetzt mal jemanden gefragt hätte worum geht's denn da eigentlich weil das hab ich ich hab niemanden gefragt weil das ist nämlich zum Beispiel eine Sache ich hab den immer bei Instagram hab ich immer mal irgendwas von Dr. Who gesehen und eben diese blaue Telefonzelle wo ich nie kapiert hab ey was ist das überhaupt ne ähm und dann hab ich gedacht okay jetzt hast du Netflix ne kostet ja nichts guckst du da einfach mal rein guckst du mal ob das wird für dich ist und dann hab ich angefangen zu gucken und so gedacht ja okay also Zeitreisen mag ich ja total ne also wüsste Bücher und so ja auch voll und dann hab ich halt angefangen zu gucken und gedacht ja gut wenn mir jetzt jemand vorher gesagt hätte Kossi pass auf Dr. Who das ist so der reist da so in der Zeit der geht immer in so eine Telefonzelle rein das ist die TARDIS die sieht von außen ganz klein aus und drin ist das ein riesengereht und dann kann der da irgendwas einstellen und dann kommt der jetzt wirklich so 17945 raus oder im Jahr 2936 ne und immer kommen so Aliens dann hätte ich gesagt jo alles klar ruhig kann ich gucken Aliens Aliens ich bin schon nicht so ein hier Star Wars und Star Trek und keine Ahnung Fan hätte ich wahrscheinlich gesagt guck ich nicht ne ja und dann hab ich aber damit angefangen und hab dann so gemerkt ich mag den Doktor ich mag die Rose ich erzähl jetzt nichts ich bin ja in der ihr wisst ne die Leute die es schon gesehen haben ich bin ja schon in der dritten Staffel ich spoiler jetzt aber natürlich nicht für die Leute die es jetzt auch erstmal beginnen wollen auf jeden Fall ich mag die Rose halt total gerne und ich mag diese Art so eben in der Welt rumzureisen und dann dass die da halt was erleben und eben auch Fälle lösen müssen ja gut und dann kommen halt immer so Aliens ne ich fand das am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig aber da hab ich mich dran gewöhnt und denke dann mal ja gut okay jetzt kommt da wieder so ein Alien Alien der halt komisch auszieht und das gehört halt irgendwie wahrscheinlich dazu ich weiß auch nicht ob es jetzt bis bis zum Schluss auch immer noch so ist ne ich hatte gehört die sind 2005 oder so gedreht worden wohl irgendjemand schrieb aber irgendwas mit in den 90ern und jemand schrieb dann nein das ist nicht in den 90ern und so ich hätte aber auch echt gedacht dass die ersten Folgen aus den 90ern kämen weil ich das teilweise schon ein bisschen oldschool fand also da standen dann PCs da so rum mit so einem Bildschirm noch ne also die nach hinten so waren ne das kenn ich noch aus meiner Ausbildungszeit von 1987 äh dass wir dann Bildschirme hatten ne die halt da gab es ja keine Flat Screens oder so ne und ähm hätte ich jetzt auch gedacht das ist ein bisschen oldschool und so aber ähm okay ich hab mich da an alles so gewöhnt und ich hab ja weiter geguckt ich hätte ja jetzt auch aufhören können ne ja und deswegen guck ich jetzt im Moment Dr. Who und ähm hab mir da aber auch schon so ein paar andere Sachen ach guck mal hier ich hab ja hier auf dem iPad hab ich auch Netflix ähm ich hab mir da auch schon so ein paar Sachen auf meine Liste dann gesetzt was ich nämlich auch gucken möchte irgendwann dann also ich hab ja schon gemerkt jetzt wenn ich nicht mehr so krank bin gucke ich auch nicht mehr so viel Fernsehen ähm deswegen hab ich ja schon eine Woche nicht mehr geguckt das einzige was ich im Moment immer sehe ist äh Jungle Cap das was keiner guckt aber jeder spricht drüber ähm ja guck ich halt immer ne weil ja am besten sind halt immer hier die Sonja und der Daniel ne so pass auf da hab ich mir angeguckt schon hier mal ne Liste da hab ich nämlich auch von gehört ähm das ist sehr gut also übrigens habt ihr mir empfohlen auch äh Dingens zu gucken hier wegen Dr. Who wad mal da gibt's noch oh scheiß wie hieß der Name diese Gesellschaft oder diese Leute die kommen auch in der Serie vor hm Wut oder so ähnlich und die da gibt's auch jetzt eine eigene Serie zu ich komm jetzt nicht drauf Mensch wie hieß der Name da hab ich dir mal gesagt hier das und das wär auch was für dich die gibt's aber nicht bei Netflix ich guck jetzt erstmal alles nur was umsonst ist ne klar so da hab ich mir auf jeden Fall rausgesucht weil ich da auch ganz viel von gehört habe ähm Orange is the New Black ist ja so eine Netflix Produktion auch und so hab ich noch gar nicht gesehen aber hab ich schon auf meine Liste gepackt dann hab ich mal drauf gepackt Breaking Bad dann hab ich gepackt Lie to Me kann jetzt auch sein dass das auch äh teilweise Filme sind also Serien oder Filme ne so alles was mir so Leute empfohlen haben Freunde teilweise auch ähm Elementary 21 21 Jump Street dann Sherlock Holmes der Film oder die Filme ne soll auch ziemlich gut sein dann hab ich gesehen äh zwei an einem Tag fand ich cool hab ich das Buch gelesen glaube ich heißt das nicht auch so hab ich mal auf jeden Fall mal hier drauf gepackt ähm Take This Walls hab ich gefunden weil der Inhalt irgendwie ganz interessant war in ihren Augen und ähm das Kind von Sebastian Fitzek hab ich immer noch nicht gesehen hab ich glaube ich sogar auf DVD aber ich hab's irgendwie immer noch nicht gesehen aber das hab ich mir jetzt alles mal hier so drauf gepackt erst mal von euch kommt jetzt wahrscheinlich mein Kossi du musst noch dies gucken das gucken und jenes gucken ja aber ich muss auch noch leben ich muss auch noch ein bisschen leben ich kann nicht jemanden umhändigen und lesen ich muss auch leben ja auf jeden Fall ähm genau das war das und ähm ja Dr. Who ähm jetzt bin ich ja wie gesagt da in der dritten Dings und da ist jetzt ein anderer Doktor im Moment finde ich eigentlich noch den ersten besser ähm am Anfang hab ich noch so gedacht der erste Doktor der ist so boah voll unspektakulär als Schauspieler fand ich jetzt auch nicht irgendwie ein hübscher Mann oder so im Gegenteil der hat mich immer so an so einen Arbeitskollegen von mir ne so ein Normalo halt irgendwie ne ich fand sogar der hatte noch nicht mal schöne Zähne dafür dass er ein Schauspieler ist ne und das fand ich so witzig als dann der zweite Doktor kam fand ich das echt witzig ähm dann also was heißt der zweite der verwandelt sich dann ist so transformiert irgendwie und dann sagt er so hm neue Zähne muss ich mich dran gewöhnen fand ich so witzig weil mir die Zähne mit dem ersten nämlich aufgefallen sind dass ich dachte sie sind nicht so schön und ähm ja genau fand ich irgendwie witzig also ich guck's auf jeden Fall weiter da sind ja glaube ich äh wie viel elf Staffeln oder so ähm warte mal ich kann ja ach schön ne das wollte ich doch jetzt noch nicht hier Doktor Hu wo bist du da kann ich euch doch jetzt genau sagen wo ich jetzt bin Mann ach da hab ich mir übrigens auch angeguckt bei Netflix ne hey let's talk about TV hier heute war da hab ich mir angeguckt Super Size Me ähm warte Staffel 3 Folge 6 bin ich jetzt Evolution der Daleks ja die Daleks böse sind die böse geil fand ich da übrigens diese Folge wo die so bei diesem ähm ja wie hieß das nochmal wo die so eine Spielshow gemacht haben so und äh also er war ja dann bei Big Brother und die Rose war bei dieser die gab's auch mal hier in Deutschland diese wo die mal so Fragen beantworten müssen die fand ich richtig cool die Folge ähm ne auf jeden Fall hab ich Super Size Me gesehen das ist so ein Dokumentarfilm da hat ein Journalist ähm gesagt ich werde 30 Tage lang mich ausschließlich von McDonald's Produkten ernähren ich bin froh dass es überlebt hat also es war schon Wahnsinn ich fand es super interessant äh das hat man wirklich zu sehen also der hat wirklich Frühstück, Mittag, Abendessen alles von McDonald's auch die Getränke ne er hat nichts anderes gegessen nur McDonald's und äh inwiefern sich die Blutwerte und alles so verändern ins negative natürlich ne verändert haben und er hat natürlich auch zugenommen und sowas alles und ich hab mir das so angeguckt und ähm ich fand das auch so interessant irgendwie so wie soll ich sagen also ich hab ja mein Leben auch so umgeändert so umgestellt mit Essen und so dass ich echt gemerkt habe so boah also Fast Food ne also gerade McDonald's ich war bestimmt keine Ahnung drei Jahre nicht bei McDonald's oder so und ich brauche es doch überhaupt nicht das ist so weit weg von mir ich esse natürlich auch meine Pizza aber so und äh ich werde jetzt auch ähm am Montag ist das glaube ich da gehe ich auch essen und da werde ich auch Pommes Currywurst essen oder ein Schnitzel oder wie so aber ähm so mit diesem McDonald's Zeug das ist schon echt krass ey ja genau das habe ich auf dem iPad dann geguckt als ich nämlich hier krank war und im Bett lag ich habe keinen Fernseher hier im Schlafzimmer und dann habe ich mir das angeguckt und ähm ja also ich finde Netflix irgendwie geil wenn ihr da auch Interesse habt guckt euch das mal an ich glaube da kann man einen Monat auch eh kostenlos so testen ne gibt natürlich auch Amazon Prime ähm das höre ich jetzt nicht oder ähm keine Ahnung aber ich glaube Netflix ist so der größte Anbieter ne kann das sein ich weiß es nicht gibt aber auch nicht alle Filme ich habe da auch schon ein paar gesucht die es dann halt nicht gibt ne aber gut aber ich finde es irgendwie trotzdem gut dass es das so gibt und so praktisch ist das irgendwie ja braucht man sich keine DVDs mehr kaufen oder in die in den DVD Verleih oder so gehen habe ich früher mal gemacht ja genau aber auf jeden Fall finde ich jetzt ähm Sherlock und Dr. Wu total klasse und ähm ja ich werde jetzt mal in meine TARDIS gehen und äh mal gucken wo ich hinreisen werde und dann werde ich mich äh wieder bei euch melden ich werde dann umgezogen sein genau das nächste Video also thematisch weiß ich auch schon was ich da besprechen werde und äh ich glaube ich werde es auch weiter hier auf dem Bett machen dann kann ich sagen ich äh habe den ganzen Tag im Bett verbracht auf dem Bett verbracht und habe trotzdem gearbeitet und war nicht unanständig ne ich habe anständig gearbeitet ja aber es ist gerade so bequem hier und ich habe keine Lust jetzt alles wieder abzubauen umzubauen und ähm ja genau und deswegen ähm ich hoffe euch gefallen diese Blubber Blubber Vlogs Arten dann jetzt auch also ähm für mich ist es einfach relaxter und wie gesagt ich erzähle ja trotzdem irgendein so irgendein Kram der dann auch nicht unbedingt nur mit diesem Thema dann zu tun hat und so aber die Videos sind halt kürzer das ist für mich einfach praktischer ne mit dem ähm hochladen ja mhm okay das war's bis zum nächsten Mal macht's gut und tschüss